Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur PHP Programmierung. Heute geht es um Datentypen. Datentypen sind sozusagen, was ist das hier für ein Typ, also was ist hier drin gespeichert und das erkennt ihr an diesen komischen kleinen Anführungsstrich, da habe ich letztes Mal schon gesagt, die geben an, dass das Ganze ein String ist, also eine Zeichenkette aus verschiedenen Buchstaben. Während wenn ich die Strings weglasse, dann habe ich hier oben ein Problem und hier unten kommt eine Zahl bei raus. Zahlen werden komplett anders behandelt als Strings, deswegen muss man sie auch intern ein bisschen anders speichern. Und ja, diese 42 und diese 1337 sind Ganzzahlen, denn sie haben ja keine Kommastelle oder sowas. Und Ganzzahlen werden auch ganz gerne Integer genannt. Integer sind so ziemlich der Basic-Datentyp sozusagen und extrem wichtig. Ihr könnt es uns gerne mal angucken, wie das Ganze dann aussieht mit Vardump. Mit Vardump bekommt ihr das, was hier drin steht, muss euch absolut nicht interessieren. Mit Vardump bekommt ihr den Typ von irgendeiner Variablen zurück und gebt den sozusagen aus. Das ist eigentlich hauptsächlich zum Backupen und zum euch jetzt gerade demonstrieren, finde ich das auch sehr cool. Und hier habe ich gerade was ausprobiert, irgendwie mit dem Overflow und so weiter, aber das brauche ich euch nicht zu interessieren. Wir haben hier ein Integer mit dem Wert 42 und das ist genau das, was wir hier haben wollten. Also ein Integer, eine Ganzzahl mit dem Wert 42. So, und ja, wie gesagt, Integer haben nur einen begrenzten Wert, allerdings scheint der irgendwie gestiegen zu sein in PHP 7. Denn normalerweise war der irgendwo so bei 2 Milliarden und ein paar zerquetschte. Höhere Zahlen konnte man nicht darstellen. Mittlerweile, habt ihr ja gerade eben gesehen, konnte ich auch 2,5 Milliarden darstellen. Das heißt, der Overflow, den haben sie irgendwie verbessert und ja, muss euch eigentlich nicht kümmern. Gut, schauen wir uns Gleitkommazahlen und Gleitkommazahlen sind sowas hier zum Beispiel. Da habt ihr einfach dann nicht eine ganze Zahl, sondern auch vielleicht eine Kommazahl. Und ja, die Dinger hier nennt man Floats oder Doubles, je nachdem. Und ja, können halt Gleitkommazahlen darstellen. Nichts Spannendes dabei. Spannend wird es wieder bei dem nächsten Datentyp. Also brauche ich euch eigentlich auch nicht zu interessieren, denn ihr müsst den Datentyp hier nicht irgendwie angeben. Nur intern wird es dann so verarbeitet und manchmal ist es wichtig. Zum Beispiel kann ich nicht hier sagen, ich möchte einen String auf eine Ganzzahl drauf addieren. Dann weiß mein System einfach nicht, okay, wie addiere ich jetzt bitte einen String auf eine Ganzzahl. Was soll der Quatsch? Okay, und manchmal wird es wichtig, zum Beispiel beim nächsten Datentyp, den könnt ihr auch nicht auf Zahlen drauf addieren. Damit könnt ihr aber andere Sachen machen, die habe ich in meinem Logik-Tutorials schon gezeigt. Könnt ihr gerne mal reingucken, ist vielleicht auch ganz spannend. Hat aber wenig eigentlich hiermit zu tun. Zum Beispiel kann man hier zwei Werte nur reinspeichern, nämlich True und False. Mehr gibt es nicht. Also es gibt wirklich nur Wahr oder Falsch. Und die Dinger nennt man Booleans, also eine boolsche Variable, die entweder wahr oder falsch ist. Und mit den Dingern kann man relativ cooles Zeug machen, werden wir sehen, wenn wir uns den Bedingungen widmen. Da werden die hier wirklich wichtig werden. Okay. Ja, das sind im Prinzip die primitivsten oder wichtigsten Datentypen, die man so benutzen kann. Es gibt dann auch noch Arrays und Objects und so weiter, aber die werden wir uns erst in ein paar Videos angucken. Das wäre jetzt noch viel zu früh. Okay, dann war es das eigentlich für heute auch schon wieder. Sehr kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt so ein bisschen die Basics jetzt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.